Ja, der Bahnreich muss auf jeden Fall dabei sein. Der auf jeden Fall. Der Stadtmauer, klar. Löwen ist auch bekannt wie Münhausen. Aha. Der Bahnhof? Der Bahnhof. Aber ja, da könnte man auch hin. Ich meine, der ist zwar nicht so bekannt, aber er ist schön. Ja. Kann man auch vom Bahnhof vor Platz, da ist auch viel Platz, kann man auch hochfliegen. Ja. Aber da stehen viele kleine Bonn. Ja, aber weitaus nicht mehr. Ich dachte ja auch eher hinten auf dem Gleisfeld, über das Gleisfeld zu mal drüber huschen. So, jetzt auch mal aufs Spiel konzentrieren. Oh, vorgestern war es so toll. Ja, 10. Was war vorgestern? Ähm, hab ich dir das schon gesagt mit Pizzabeständen? Ne. Ne, hast du nicht. Ähm, haben wir zwar nicht gemacht, wir sind, haben uns um 8 bei uns im Klassenrahmen getroffen. Dann, ähm, haben ein Mädchen und ein Kumpel und ich, haben bei uns an der Wand dieses, das Bild weitergemalt, das London Bild. Ja. Mit Schraffuren, alles so wirklich so richtig detailliert. Geht trotzdem scheiße aus. Ähm, haben das Besuch zu Ende gemeint, haben wir nicht hingekriegt. Boah, auf jeden Fall weitergemalt haben wir uns. Dann Eis gegessen. Zwei sind losgegangen und haben Eis geholt im Edeka. Oder was weiß ich wo. Dann zurückkommen, Eis gegessen. Wir haben die Fotos von London ausgedruckt. Haben sie bei uns eine Wände geklebt im Klassenraum. Oder gesteckt mit so Nadeln, eine Pinnwand. Eine riesengroße, ähm, Britannienflagge. Wird da auch noch drangesteckt und da drauf dann die Fotos. Und groß reingeschrieben, mitten der Flagge London. Ja. Mach ihm das Leben schwer. Durchhalten, Hilfe ist auf dem Weg. Ah. Aha. Ja. Ich möchte wissen, was das mit deinem Teamspeaker ist, dass ich mich immer selber höre. Oder ist dein Head seitlich? Vielleicht bin ich zu laut. Schrei jetzt nochmal. Äh. Äh. Ja. Hab mich nochmal gehört. Hm. So, jetzt aber hier aufs Spiel konzentrieren. Nach vorne habe ich den Zerstörer kurz gesehen. Ja. Ah, kein Zeug. Wessen Torpedos sind denn das da? Von der Mars. Die Arme. Die raster jetzt nicht in die Torpedos rein, oder? Ich? Nein. Nein, hier. Die, die, die Mars. Nein, die hat schon abgekriegt. Ich dachte schon. Ist ja sowas von fällig, die Arme da vorne. Ja, und du stoppst den Kill, ne? Entschuldigung. Der Zerstörer versenkt. Torpedos voraus. Irgendwer musste ihn ja kriegen. Aber vor allem, wir schießen beide drauf und der letzte, der schießt und ihn killt wirst du. Ja. So richtiges, richtiges Abstauben. Na ja, egal wer ihn gekriegt hätte, das wäre immer auf jeden Fall abstauben gewesen. Wieso dreh ich eigentlich nach oben ab? New Mexico? Oli ist da so alleine. Bis jetzt. Ja. Ah, du willst den Dings rein in den Nebel. Gut, dann geh ich mal spotten, ja. Oh, da kommen Bomber. Ja. Die dreht ab, die New Mexico. Da ist auch noch ein Amagi. Unterherfahren, ja. Aber hinterherfahren tue ich nicht. Amagi fährt weiter. Erstmal offen. Eine Zeit lang. Die fährt weiter. Ich schieß schon mal. Ah ne, jetzt bewegt er sich. Jetzt bewegt er sich. Ja. Ja. Da kommt ne ganze Menge. Guck mal was da noch kommt. Eine Tirpitz. Ja. Ah, das sieht nur so aus. Guck mal hin. Die Bayern kommt mit. Die Tirpitz. Die Mexiko kommt ab. Ja. Also im Prinzip sind es nur Tierschöpfel, die ich wissen. Gehst nur hin. Du hast vor dir einen Armagi. Ja. Und da war ne Tirpitz. Du kannst ja so schnell nachladen, ne? Mhm. Ich mach mir mal Label, okay? Brauchst du nicht. Brauch ich aber grad. Okay. Ich hab auch Tafelos geschossen, ja? Mhm. Okay, Tirpitz habe ich ja richtig zuge- oh. 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 Da, ich hab mal Glück gehabt jetzt. Vielleicht kann ich ja noch in Brand setzen. Es geht's aber nicht, ne? Du hast nicht wirklich viel HP. Ich hab gar keine HP. Eben. Was haben wir hier noch? Eine Tirpitz. Die schon halb down ist. Ich geh'n Lande hin. Ja. Aufpassen. Fahr'n weg. Mhm. Aber wir sind allein hier, gell? Also wenn... Du musst echt aufpassen. Ja. Das sind nämlich etliche, die hier vor sind. Ja. In's chritte. Wann du mal? Ja. Die dritte. Wir machen nochmal einen Zettkopf. Ja. Au. Oh, die Amaki, die treffe ich. Die hat nicht aufgepasst. Oh, die kommen alle hier hoch. Wir sind gleich so, obwohl, ne, eigentlich kommen sie nicht hier hoch. Oh, ja eben. Das ist ne Bion. Hm. Keine Ahnung, was der gesagt hat, aber es hat irgendwas mit dem Mut zu tun. Ah, du bist voll im Weg. Oh. Oh, ja. Oh, ja, aber mal. Oh. Na, jetzt hätte ich ja gerne Torpedos. Einen hatte ich noch. Oh, hier sind Inseln. Hm. Furchtbar, gell? Diese springenden Dinger. Ja, gell? Komm in den Hebel rein, komm in den Hebel rein. Oh, ich hab den Torpedos kaputt gemacht. Warst du noch weg, oder? Ich hoffe es. Ja, guck mal. Komm, sind noch genug da, holt ihr den Kraken. Habe ich schon vier. Ne. Egal, sind doch noch sechs Stück. Ich brauche eine Minute, bis meine Torpedos wieder da sind. Das ist doch Hauptgeschütze. Naja, ich hab auch noch 2000 HP. Auch noch. So, jetzt aber die New Mexico. Huch, ich bin offen. Wieso bin ich nicht offen? Oh, gut. Dann kann ich auch schießen. Ach, verdammt. Oh, das war ein cooles Gefecht. Das hat Spaß gemacht, ja. Einheit kosten. Ah, schönes Stückchen mehr. All right. Wir sprachen uns den K 好, der Schublade, der Schublade, der Schublade und die Schublade das in die Schublade. possibile, die schublade ist da nicht möglich. Also, die Schublade wird das in der Schublade und die Schublade zu kommen. So, dass man das hier nicht empfindet.